Musik 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 Bad Sign Hm Ja, ich werde es anleuchten Aber Moment Musik War es vielleicht ja nur deswegen? ja es war nur deswegen aber hey mei du die nummer eins wir probieren zwar einfach mal ab wohl ne war ja schon soweit reicht es auch gar nicht ach ne das war einfach nur hulu ach so ok alles klar dann können wir einfach hier weiter und lustig sind 2 so eine komische dinge ich habe die idee warum was wie runter 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 bevor noch irgendwas passiert runter so ja ich würde es am liebsten gleich überspringen oh gott ist der ohr immer ich würde es einfach nur rausholen tag stopp klick und dann passiert das ja ich drücke einfach mal so nein so nicht ich muss in die richtung halten die dead zone ist so toll eingestellt jetzt es klappt nicht so geht es nicht nein ab da so ja komm schon nummer eins so jetzt aber und jetzt jetzt wieder hier oder was aber wenn ich das jetzt so halte aha moment aber so geht schon mal moment nochmal weg das klappt schon mal nicht so bleibt mal so danke wenn sich medulli jetzt weg dreht ich bringe sie um x so du musst dich ungefähr genau in die richtung komm schon medulli dreht dich nicht weg so du sollst in diese richtung sollst du hier komm schon moment ich hab's jetzt oh gott ich muss mich konzentrieren man muss angestrahlt werden von dir aha interessant wusste ich gar nicht so ach dann gehen wir hier mal durch ach so was ich mal gucken wollte genau äh okay oh das sieht nach kämpfen aus aha aha ah ihr wollt aha na ich will auch ich bin gerade richtig am kampflaune so na bitte ach da wird mir dings gefallen hier in der genz tower da geht es ja bekanntlich eigentlich nur ums kämpfen und da ist eine nicht materialisierte tru äh okay und jetzt woher wusste ich das ähm auch egal ich hab das hier noch gesehen dann gucken wir erstmal was wir damit alles machen können sicher auch schön viel scheiß so ähm greifen c c c harr das war so gut so na bitte so hm 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 so ich freu mich schon wenn ich das spiegel den spiegelschild habe und dann wirklich alles alleine machen kann mit den teilen ansonsten das ist so langweilig äh a drücken du 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 ding und wir kriegen eine schüssel wahrscheinlich sowas ähnliches äh und das geile ist ähm das symbol hier wird reflektiert sowas ähnliches gab es auch ähm in Aguin of time bloß da 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 wer hätte gedacht bloß ähm was das äh türkei zeichen glaube ich ja leg's ab weg 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 oh wow 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 ich darf es nicht berühren oder ich habe ein problem ich hab ne idee Ah. Ja, tut mir leid. Medili. Trotteloll. Ah. In die Nähe? Ich darf nicht in die Nähe. Ähm. Ablegen. So. Jetzt da lang. Ich geh erstmal hier durch. So. Fuck. Ich brauche Medili für das. Okay. Wie mache ich das? Hm. Es gibt zwei von denen. Da mache ich es glaube ich so, dass... Help, was? Ah. Stirb. Und zwar ganz schnell. Ich bin der Beste. So. Kling. Du... Berührst nicht nochmal Medili. So. Aber so kann man einen gut rauslocken. Hat den. Und eins und zwei und drei und vier und fünf. Sechs. Okay. So. Und nochmal Rubine. Medili, falls du mir irgendeinen Rubin wegschnappst, bringe ich dich... Füge dich. Äh. Ich sag einfach mal, das war Medili's Schuld. So. Ähm. Hier hin. So. Kann sie auch Türen öffnen? Oder ist sie zu doof dafür? Na, 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 na. Würde keinen Sinn machen, weil sie wahrscheinlich nicht geladen wird. Nein. Macht auch keinen Sinn. Okay. Okay, da bräuchten wir irgendwas, was wir darauf stellen könnten am besten. Würde jemand über den Sarg zu machen, während ich mich hinlege? Nein, gucken einfach mal. Ich gucke einfach mal was. Ich gucke mich im nächsten Raum einfach mal um. Vielleicht gibt es dort einen Hinweis, was wir da machen sollten. Und sonst gehen wir erst mal zurück. Es gab vielleicht noch eine andere Tür, die wir vielleicht erreichen könnten. So, zurück. Perfekt. So, öffnen. Nein, es gibt wirklich nur diese Scheiße hier. Ähm. Dahinter ist auch was. Das sieht man. Aber wir kommen noch nicht hin. Not so fast. Also tragen wir erst mal wieder Meloli. So. Sing. Sing. Und ein Schlüssel. Ich bin wieder gebraucht. Also haben wir ihn jetzt. Oha. Yep. Okay. Das ist hier meine Arbeit. Wupser, wupser, wupser. Wupser, wup-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. So, bababam. Babatabu. Bam. Äh, jetzt, was? So. Perfekt. Kling. So, aha, euch geht's auch noch. Wusste ich's doch fast. Einer allein wird nicht reichen. Aber auch das lässt sich ändern. Ich geh mal kurz hier hoch. Ich sag, ich geh mal kurz hier hoch. Bring mich hoch. Schade. Äh, geht nicht. Dann ein bisschen hier Zeit anhalten und währenddessen Lelit spielen. La, 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 la. Sehr schön. Die Zeit ist immer noch nicht angehalten. Also, ich hoffe, dass wir während der Zeit nicht angehalten werden. Nein, sie hat null Kraft und kann da nicht mehr eine Tür öffnen. Also, warum soll sie sie einen Block schieben können? Ähm. Dann machen wir mal hier ein bisschen Selbstmord. So, ob Meduli jetzt getötet wird oder nicht. So, jetzt ist man drauf. Davor können wir nicht gar nichts gegen die ausrichten. Jedenfalls noch nicht. Bus. Wie jetzt? Macht keinen Sinn. Hat keinen Sinn. Ist nicht sinnig. Und was mir sonst noch dazu einfällt. Ähm. Wie wäre es mit diese Teile anbrennen? Ich bin ein verdammtes Genie. Okay. Weil ich da hinter Licht gesehen habe. Deswegen habe ich das gemacht. Ähm. Jetzt müsst ihr aber mal mich sputen. So. 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 Zeit wird angehalten. Sonate des Puppenspielers wird gespielt. Und auch jetzt. Ähm. A drücken. Ja. Der steht leider ein bisschen schlecht. Und zurück. Okay. So bleibt sie stehen. Okay. Das ist cool. Na. Den müssen wir nehmen. Bam. Nummer 1. Und. Bam. Nummer 2. Komm mit. Aha. Okay. Und jetzt sollen wir da rauf oder was? Hm. Kann ich eigentlich noch nicht. Eigentlich. So. Umschalten. Okay. Hab ich schon. Ich zerballere die erstmal alle. Ich hoffe, da ist noch irgendwas, was uns weiterhelfen könnte. Äh. Da ist nix. Hm. Hm. Wenn Medioli was schieben könnte, wäre das schon weit hilfreicher. Kann sie aber nicht. Mal gucken, was da oben in der linken Enke ist. Dann könnten wir mal nachgucken. Lalalalalala. So. Jetzt machen wir wieder eine komische Pose und fliegen da hoch. Flug, 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 flug. Hier ist nischt. Ähm. Mit dem Licht kann ich nicht viel anfangen. Ähm. Zurück damit. So. Jetzt sind wir beide hier. Was? Okay. Ich werde gerade angegriffen. Was aber keiner interessiert. So. Nala. Gut. Jetzt A drücken. Nur meins. Nein. Ich bin doof. Äh. So drücken. So. 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 Ich verwechsel mal das zurück auf R und das zurück auf B. Das ist doof. Man müsste mal, äh, bei dem einen linken schreiben, beim anderen. Ah, ihr wisst schon. Zurück, ne? Wie nachdem. Jetzt aber zurück. Also das andere zurück. Also das ist links zurück. Badabam. Ähm. Badabam. Und. Badabam. Okay. Didn't do anything. Aber. Nix. Aber, äh, aber ich komme nicht weiter. Das ist doof. Das ist doof. Was ist da, äh, aber ich bin, äh, aber ich bin, äh, aber ich bin.